hallo willkommen das ist der reini rossmann schön dass du dabei bist du siehst jetzt gleich ein video wo ich dir nur survival tipps im winter zeige und das habe ich gemeinsam mit dem nikki gedreht einem sehr begabten und professionellen filmer der eigenen youtube kanal hat da gebe ich da unten den link dazu und ja ich frage dich jetzt kannst du all die survival tipps finden schreiben sie alle unten in den kommentar und noch etwas und dann geht es gleich weiter viele fragen mich immer reine was ist das survival mentor programm worum geht es dabei da gebe ich dir auch unten den link dazu dieses video zum beispiel das ist aus dem survival mentor programm ein teil davon und beim survival mentor da rede ich dann auch dazu und zeig dir schritt für schritt diese unterschiedlichen tipps warum du das tun sollst worauf dabei ankommt das heißt das ist eine antwort auf die frage die mir oft gestellt wird was ist der survival mentor unter anderem und vieles vieles mehr schau dir unten den nikki anschauen das survival mentor programm an kannst auch eine kostenlose problektion einmal anschauen und das ganze für dich überprüfen ich sag danke und schreiben unten die kommentare ob du alle tipps findest wird mich freuen dein reini rossmann und jetzt geht's let's go Sollte Das war's für heute. Das war's. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.